Wir haben hier eine gute Sprung her. Wir sind 1.15 im Rückstand, von dem wir es noch mal in den nächsten Mal nie schon sehen. 31.204, der steht jetzt ganz schön weit im Interview. Aber vorne, da hat man in Deutschland ein ganz, ganz freiliches Rennen. Das kann man sich in einer deutschen Artikel, der in der Stadt. Das wird kommentiert. Jetzt kommen wir aufs Durchbruch. Ein Tito-Aktar, wo man auf Tino-Hild läuft, sehen wir. Der Yajara fliegt die bis heute nur geflogen davon. Und er muss erster oder zweiter wenigstens werden. Von drei nimmt schon nicht mehr an. Egal, wer bei dem der größten am Schöpfchen ausgeht, ist er in der Abwehr. Sondern er muss die Flucht nach vorne treten. Und er wird es tun. Genau in diesem Augenblick geht es auf die Sinklinie mit der 4-mal-feuer-aktiv-länder-Roll-Zug-Aktar und den Holvernkollen für Aktiv-Aktar. Einmal hat er schon vorne in dieser Saison. Heute wäre es der wohl wichtigste Weltkamp-Sicht mit einer Karriere mit einem Tito-Aktar 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 Es wird jetzt versuchen, auf dem ersten Kilometer voll den Astro-Leb, versuchen anzukommen, wenn das nicht gelingt, dann wird er sich empfiehlt, das ist ein Händchen. Er hat den ersten großen Anstieg raus aus dem Stadion geschafft, für die erste in der Zwischenzeit, insgesamt drei Mal, für die Zeit genommen, auf der zweier halben Kilometer-Schreife, und er hatte zu Beginn des Rämmens verantwortlich, auf dem Ausstieg von Kiel und Riedelmann, und Bernd Rümer und Biber, das es entweder sehr gemäßlich angeht, oder der Erfassung, geht damit an den Mop-Streppen kommen. Er hat noch nicht einmal einen Kilometer gelaufen, und der Vorsprung von Akito-Battrager auf die Folge, der Egel war über 20 Stunden laufen. Einerlei, 32 Sekunden, erholt. Typin Storia, es wird wieder mit den ganz starken Läufer, mit einem aber wir orientieren uns vor allem auf die Nummer 9, Nummer 10, das sind die beiden starken Läufer, das sind Magnus, Kroger und Nico Kockswinder, die haben Die Frenzel bereits geschluckt, aber hier im Kircheisen ist dran. Er hat genau das gemacht, was Ronja Kermann und die Laufkollegen heute Paul von ihm gesagt hat. Versuch es einfach. Versuch es diesen ersten harten Anstieg, wo es ein Kilometer, 8 Kilometer, nur wer auf geht, irgendwie anzukommen. Und er ist fast dran. Der Rückstand auf Nico Cox-Lehrmann. Wir haben dann gleich sehen, bei der zweiten Zwischenzeit, ob er das natürlich einsam an der Spitze. Akito, Wattabe, Salute, Schidoli hier. Ich glaube, ich bin gleich noch in diesem langen Reisenfern. Der Heinrich heute nicht ehrlich stark, wir haben ihn zuerst nicht erwähnt, Top 30. Und noch im großen Finale, wenn die Top 30 des Weltkaps noch einmal antreten, aber mit dem nächsten Hermanns. Und wir haben Kircheisen, hat es geschafft. Und jetzt muss ich jetzt aufpassen, dass er den Anschluss behalten kann, weil er jetzt groß im Wasser zusammen ist. Und jetzt muss der in der Kopie, dass das Stuttgart nicht vorbeigeht. Und da gibt es gerade das erste Mal wieder im Stadion. Und dann werden wir noch die Tür aufpassen. Untertitelung des ZDF, 2020